Sie werden selbst zum Studienobjekt der Ameisen. Saul Bess hat diesen Film gedreht, ein Mann, der vor allem durch seine genialen Titelentwürfe für eine Reihe von Filmen großer Regisseure berühmt geworden ist. Bess hat unter anderem die Vorspanntitel für den Hitchcock-Film Psycho entworfen. Phase 4 oder Phase 4 enthält außergewöhnliche Insektenaufnahmen und ist so aufgebaut, dass nicht nur die Wissenschaftler in dem Film, sondern auch die Zuschauer eine von der Menschlichen völlig verschiedene Lebens- und Denkform begreifen beginnen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.